Ihr seid nicht hier. Wir sind nicht da. Das Auto ist explodiert. Komm und hol die Mädchen. Ich bleib bei Woodrow. Ich bin nicht Ihr Chauffeur. Ich bin der Großvater. Wo seid ihr? Asteroid City. Farm Route 6, Kilometer 120. Nachwuchssterngucker und Raumkadetten. Jedes Jahr feiern wir den Asteroidentag. In Erinnerung an den 23. September 3007 vor Christus, als der Aeroplane-Meteorit auf der Erde einschlug. Heiliger Bimbam, das ist Mitch Campbell. Sie waren sehr gut in dem einen über das Flittchen in dem Bordell, das ihr Gedächtnis verliert und kinderärztend wird. Sie waren sehr authentisch. Die Rolle habe ich vielleicht am liebsten gespielt. Keine Ahnung, warum die sonst keinem gefallen hat. Was zeigen diese Impulse an? Was? Die Biebser und Blinker? Das wissen wir nicht. Ich vermute, dass ein paar Informationen bezüglich des Weltraums nicht mehr ganz zutreffen. Jedenfalls sind da immer noch nur neun Planeten im Sonnensystem, soweit wir wissen. Billy? Aber jetzt ist da ein Alien. Was passiert gerade? Keine Ahnung. Wille fällt nicht, wie der Carl uns angesehen hat. Der Alien. Wie hat er uns angesehen? Als seien wir verloren. Vielleicht sind wir das. Ich habe den Präsidenten informiert. Wie lange dürfen Sie uns in Asteroid City festhalten? Die Welt wird nie mehr dieselbe sein. Ein Alien, der einen Hampelmann macht? Ein Alien mit einem Zylinder? Was ist da draußen? Der Sinn des Lebens. Vielleicht gibt es einen. Sind Sie verheiratet? Ich bin Witwer, aber nichts meinen Kindern sagen. Du sagst, unsere Mutter ist vor drei Wochen gestorben? Sagen wir, sie ist im Himmel. Nachdem ich natürlich nicht glaube, aber ihr seid Episkopale. In meiner Einsamkeit habe ich gelernt, den Menschen, die ich liebe, völliges und bedingungsloses Vertrauen zu schenken. Ich weiß nicht, ob das dich mit einschließt, aber es schloss meine Tochter mit ein und eure vier Kinder. Manchmal glaube ich, würde ich mich heimischer fühlen, wäre ich außerhalb der Atmosphäre. Oh, wow. Ich auch. Sie sind sonderbar, oder? Ihre Kinder. Verglichen mit normalen Menschen. Ja, das ist richtig. Stimmt. Ich habe eine Nacktszene. Wollen Sie sie sehen? Hab ich ja gesagt? Sie haben nichts gesagt. Ich meinte ja. Mein Mund hat nicht gesprochen.